Ja, also ich glaube, Wien hat diesen ersten Platz verdient. Wir haben sehr hohe Lebensqualität hier in Wien. Das beginnt schon bei der Wasserqualität, dass wir aus den Bergen das Wasser über Hochquellenwasserleitungen nach Wien bekommen. Die Kriminalität ist sehr gering. Also ich bin Radfahrerin und wage es auch in der Nacht mit dem Fahrrad zu fahren. Da habe ich gar keine Angst. Untertitelung des ZDF, 2020